was ist deine rüstung ein rüstungswert 1938 muss mehr rüstung als ich okay wie viel leben hast du 621 ich habe 540 okay und dann sage ich dem irgendwie mehr schein das war der weg ist hier mit voll den teuren klamotten die er nur umläuft sein golem da können wir so welche denn 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 ich bin noch nicht bereit bleibt bleibt die serie überhaupt noch immer merkwürdiger sie naja so wie juli ohne ja also ich habe keine ahnung ja genau ein riesen schwert und geruft stadt nicht gedacht hat die noch mal ich habe einen stadt gefunden sich an meist darf das stern der stadt den ich gefunden habe sogar schlechter als meiner die ich jetzt habe ich habe ein fein gelassen für dich ja ich lasse auch was für die schweigen dame schaufel nein der ist sogar besser als man jetziger wir werden dafür gewollt nur eine maus wo man da hatte ich keine ahnung das ist jedenfalls tot au gott hier sind eine menge gegner ich drehe mich einfach da rein ich habe gedacht wie baby das irgendwie schon ausgestorben oder so ob da noch einer guckt ist ich sehe immer mehr aus die irgendwelche unwichtigen neben der reise die hauptcharaktere mein gott schein die an zwei goldene sachen und zwar kunikers papier färzen gefunden zwischen den verdammten gräbern ja ich auch ich habe schon wieder einen stadt gefunden beide schlechter ist genauso gut und vermehren sich stark sie in dieses nest gejagt doch das war eine fahrt und dritte avitus und ich sorge mich um alle die sich ahnungslos in diese kunden verehren ja was geht aber jetzt gar nichts mehr was hat größer stein war ihr untaulich neben köst abgeschlossen wir müssen gar nicht die ganze quest machen für die ganze dungeon für die quest sammelt animus von animus trägern ja 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 aber ich nehme an das so die kwestie für diese dungeon oder so ist blut mein lebenszweck genau gegner ist ihm so ein post ich muss warten ja ja na geworfen so ein blitz schreckliche verkleidung nämlich hier ist der boss nein ja jetzt hätte er uns ein blitz einsetzen können kollege jetzt war ich gefangen kann aber nicht gemacht ich bin nicht zurück das hat eine ist ein säbel für die stahl ich habe neue handschuhe ich habe bessere schuhe gefunden mein gott sich mein gott sich jetzt breit aus vor dem mantel an ich glaube es war schlecht aber du schon hast ich finde hier irgendwie nichts mehr gutes für dich das besser ok wir müssen noch ein paar animus träger töten oder aber schon alle schon wieder ein goldene schwert ich habe jetzt irgendwie was wir machen müssen damit da war auch immer gleich ab in diesem dungeon snappy irgendwie so eine tür irgendwie die wir öffnen müssen dann müssen wir erst vorher was machen weil ich dann schon da nicht das system ist das was das wüsste bei dem spiel ist ne ich habe was legendär ist gefunden streitkoll auf stampfen das wäre so ein skill jetzt so ein bisschen besser als was ich hätte das stehe ich werde das was war da ist so mann ist noch ein gebiet aber hier ist noch das tat ich bin noch nicht wieder es wäre so ein totem oder so und er ist eingefroren nur kümmlich nicht aus perfekter papier ich schreibe dies während ich zwischen den verdammten gräbern ich habe diese elenden kreatur mehr gold lassen die fallen ich habe sie in dieses nest gejagt doch das im bos die toten erwecken und ich sorge mich ich halte beindrucken werden so fähig sein so ja sie gehen einfach ein dann tut warum sonst alter dann hier schlechter hinter den gesendet die angezeigt wird wenn ich ihn erfolgsfrei schalte muss doch wissen ist ein bild ja immer wieder kam Oh, das war die Applaus ich weiß noch damals dass er dann hier mit mir mitteilten konnte ja das golden habe ich ein schwert für dich da benutzen und benutzen kannst ein ausschwerter benutzt aber das schlechte als tatsächlich wenn ich habe das würde nein bringt den blutstein zurück zum podest da gewissen das mal ist ja platt machen damit meine ich nicht nur gegner sondern auch alles die dekoration und so okay und sterben sie alle aber doch da gehen wir raus die tür vor mir aufgemacht das hat mich überrascht das muss man aber nicht mehr lange einen schweren buchspanzer sehr viel besser ja ich war gerade mit den namen in meiner old way sie kannst du sagen ich habe blut stein hier nehme ich nach dem kampf was nein zwei goldenen schild und beides schlechter und man hat nun da jetzt hier gemacht weil der tor da ist ein goldenes steppenband gut läuft einfach vorbei haben wir vorbei auf dich loszugehen vielleicht ist dazu war das wichtigste mitglied der gruppe oder der schwächste einfach weiter damit er aufholt im level ja ich glaube ich habe gerade irgendwann aktiviert ja da gibt es wieder am bonus und den aber mich so stark was da und den da habe ich den stein aufgehoben aber aber jetzt ging ich mache ich mal ich blatt wir sind der donner ich muss warten man kann der große zeus so sagen wir kann man da ein gegen gerade weiner als wetten hatte ich verirrt wo ist mein meister was habe ich ja so weit am rücken wenn ich rumschleppen muss brocken auf dem rücken linkelstein damit darf ich mir ja kollegs voll in die fressen der vollen verstand verloren hat stimmt weil er große begabe wird er sicher wieder erkennen genau deshalb gehen wir nicht durch die letzte tipp nicht ausgeschaut den namen von dem das fleisch ich habe kaputt gemacht eine letzte greifen hat auch immer sofort an ok dann macht mir ganz schön schaden glücklich nicht zu nah an den raten der ganze tränke war das schon wieder vielleicht hat er hofft der laufzeit mir dann wieder doch dann hier ja ich schlag kenne schon gott im t-rex nein naja das paspekt des unerbitterlichen songs das war eine rad für mich endlich irgendwann später vielleicht meine legendäre klamotte ist schon wieder übertrumpft worden da gibt es gar nicht mal machen wir in diesem hat noch ich bin nur am sterben in diesem part was schon ja ich finde das nicht würde ich habe nicht aufgehört das war unnötig beim letzten mal bei dem boss weiter konnte ich nicht anders als sterben als wir gegen diesen wesen wird sie da gekämpft haben hatte keine tränke mehr jetzt habe ich einfach nur nicht auf nicht aufgepasst ich habe irgendwie schwierigkeiten die aufmerksamkeit zu behalten ich tue die ganze zeit nur auf meinen ball anders ich habe ich gucke nur wie viel der gegner noch hat man könnte vielleicht ein fehler sein vielleicht ich bin nicht multitasking fähig dann ich mache immer nur eine sache ich kontrolliere auch noch und deine lebensenergie sagen wir noch diese eine neben christ übrig blick in den wahnsinn und dann immer gleich drei weitere da ist die die auflage 34 ist wir sind 32 dann hatten wir schon mal eine schwere neben quest weit ist natürlich noch wo ich eine aufkürzung wo ich gehe noch kiosk hat gerade ist nicht das ist geschieht weil erst mal durch die hälfte ist dann sind sie genau so muss ich ja verkaufen muss man legen das schwert hier wieder verkauft er spielt das müll macht das auseinander was soll ich mit diesen brennenden schädelspalter mehr schuldiger beben da ich habe fälle heute und stahl ich nimmst du machst mich noch haben ich habe nur goldene sachen gerade an sehr geil so müssen wir eine quest fakt 1 ich bin mir so weit jetzt hier ist da nicht so weit weg also wir ja noch 34 machen haben wir sogar noch mal zu einer anstatt aber es war nach der west dafür noch bestimmt noch mehr quest pass auf ich sag's mir ganz ruhig da online kvadoran wurde getötet von spinnen wert ich bin loser mein geld dann über den helm auf wir noch für einen neuen habe ich gefunden monster nach unmenschlich aus als ich damit spielt sich die köpfe meiner gehen nach da sind immer informationen wieso sind die gegner naja von den toren nein die waren hier gerade in der stadt ja die waren bei mir gerade in der stadt okay und ich komme hier raus und schon liegt ihr werdet und ob da durch ein bisschen da lang ein loser stein ich habe jetzt gelesen loser stein da war mir ja für deine deine gold fest glaube ich sehr gold lächter sieger da war es ein fuchs beim wolf ausschlagen mit meinen riesen knüppel ich bin noch nicht bereit haben wir also stand zu blöden bäume die kinder wird wieder aufs weiterleben aber die kinder werden die kinder sind jetzt meine glas lieber auch so und jetzt vor den einzelnen wir haben ja durch die verteidigung gesprochen jetzt können wir wie ja ich bin deine mutter es hat ein stützpunkt dann die neben christ ich glaube ja alter auf meine kosten jemals der strahlende überlebende da und geben wir alle noch okay das sind satanisten die stehen alle auf ich gehe schon mal raus ja weil sie haben brennen war genau ich bin noch nicht okay irgendwie ist aber dauert war das eine dungeon oder wir müssen jemand reden glaube ich die häuser der durch besuchung wohnung untersuchen ja der mann schluck da ich weiß dass wir noch ein paar tage bleiben wollten aber wir haben krassen blick drauf die leute sind ja wahrscheinlich alle normal und wir sehen die als dämonen schlachten die ab wir sind voll paranoid was hat hier was na irgendwie wird sogar dunkel wieder so ein symbol wie sie komischen guter russer die wir zerstören mussten jetzt andersrum gegangen kam heraus aber dafür mehr schaden machen dann besteht einfach nur ein schießfeuerweiter auf uns der schießt auf mein golem ich kann ja den okay wenn ich da drinnen bleiben da brennt ja ja auch kommt da rauskicken blitz gegen das gewicht das gefällt mir gar nicht hier draußen ja gut den haben sie eingefroren sehr gut leute und jetzt war ich ihnen die knoppen ich bin noch nicht bereit die festungen machen einfach spaß ich wollte mich gerade schlagen er wurde eingebrochen ja jetzt der splitter 5 einzelteile zu sprung da jetzt stärker ein ganz im balken gleich nicht ein skorpion ist da draußen da sind noch mehr das war ich eine gute entscheidung mit dem einen dnr das ist praktisch da haben wir keinen schaden kaputt machen das wird dann kaputt also wir müssen mal kaputt machen die ganze zeit ja dafür müssen wir gegner besiegen hier kaputt machen aber gut jetzt eingefroren ich muss warten ich will mal da rausgehen oh gott nein 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 wenn man draußen jetzt sicher halbwegs die noch nicht wieder eingefroren der brot der brot eingefroren also gesehen das aber noch nicht so schwer wie der andere wird vorhin gemacht haben wenn sie nur hinter dir dann ist wird dann andere schwerer ich bin noch nicht bereit der eine kampf gegen die ganzen riesen schwert fuß ist da hat man heftig ich siehst du das weiße symboler das müssen wir kaputt machen ja ich dachte wir müssen irgendwie im poste oder so besiegen die ganze zeit da sind diese kurzen der ist auch schon wieder eingefroren wenn das ein bord wäre dann wäre das so ein toten schädel ich finde irgendwie so befriedigend wenn die in einzelteile zerspringen ja das genau so stark wie mein einer ob der so ein toten jetzt ein euch zu wenig platz der störe das tut im ersten jeden preis wir raus ich kann hier nicht raus wir versperren wir den weg ja ja ich bin gerade ein bisschen beschäftigt aber dann hat der blocker was der erste gegenstand nicht gefunden haben naja sowas von der falle wir gehen trotzdem hin also das spricht nicht gerade von die intelligenz muss ich gerade ein teleportiert die lips auserwählter okay und jetzt sind da drei das ist eine attacke irgendwie alles schwarze meine rum ist keine fähigkeiten man benutzen kann ja gott noch mal hier noch mal hier sind immer diese blöden blitze auch ja so sind wir bei tränke ja 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 ich muss mal ich muss mal ich weiß ja wir reden ganz weg weil ja ja da hat ja ich bin noch nicht bereit neulose neulose schreien des wanderers interagieren muss man auch machen ne ich muss auf meine gefährten warten aber ich muss auf dich warten schon wieder bei ich war gerade am umrissen man soll auch machen man sagt bescheid oder klingel du wegpunkt freigeschalten und jetzt haben wir eine stadt freige auch cool wenn man nicht die quest abgeschlossen hat das ist ein symbol bei mir noch ja da müssen wir da rein glaube ich okay wir müssen erst den ort freischalten damit wir die neben christ machen können ja dann gehen wir da rein kultisten zuvor kann ja unmöglich schwäger sein als hier draußen das ja nicht ne 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 peitsche aus wie viele mütter sind ja aber auch mein pferd ganz gemerkt hat ich ein bord von meiner nase der schwerter golden ist und ich habe ja lange durch kannst du kannst du durch benutzen oder schwert ist besser der Börsch ist sogar besser um eins besser ja schon wieder das ist ein boss aber die müssen wir legen hat es einfach naja auf dem matzen wir von mir helfen mal schaden ab thema trotzdem mit einschlagen weil man die hälfte meiner api abgezogen habe ich gesehen ich weiß auch nicht wie er hat manchmal den brüchner oder noch eine ganze gruppe da in dem raum mehr gegner mehr spaß die ablos die ablos wie das deines die war ja zu teilen rollen